Hallo und herzlich willkommen hier bei Slowenium Pharma mit dem lieben Marjan und dem Basti. Hallo. Mahlzeit. Hallo. Du bin ich satt, ich bin wieder mal weg. Hm? Du satt kannst du nicht sein so voll, dass du nicht arbeiten kannst, wenn du über den Zauh springst. Ich leck mich ins Heu. Okay. Nein, ich hab nur noch Tore hier, oder? Ja. Ach ja, da war ein Tor. Eigentlich. Eigentlich. Siehst du, der hat uns eingesperrt gehabt. Ja, hast du nicht gesehen? Ja. Ja, darum bin ich über den Sonnablauen. Aber ich seh grad dazu, wir haben da schon so ein paar Kistenkartopfen rumstehen. Die könnte man mal verscherbeln. Oh ja. Was ich sagen. Und soll. Hm, darum ja. Okay. Dann geh ich mal flügen. Äh. Schafft das der Kleine? Ich weiß es nicht. Ich geh mal Kartoffeln verkaufen. Du bist mit dem Klaas. Ja. Oh, drei Kisten. Volle Kisten. Wohne geht sie auch schon da. Meine Güte. Die sind aber auch fleißig. Hm. Hast du deine leeren Dosen jetzt so ruhig mal hier raus tun können? Nö. Na dann schnapp ich mir die Sehmaschine. Kann ich da draußen stehen lassen. Ich denke ja. Hast du es glaube ich immer, ne? Hm. Brauchst du Saatpult? Hm, Moment, ich gucke. Sollte eigentlich noch. Na, das klingt einfach mal gut. Hm. Na, es ist genug, es ist gut drin. Okay. Okay. Wenn du an der Vektion sieht, sieht du noch etwas, ne? Hm. Okay. Okay. Ah, wir können auch wieder mähen hier. Jo. So reif, ja. Volle Stufe. Ui. Was denn? Na, Stall nach unten. Willst du Steine sammeln? Oh man, das noch. Du sagst, wir fliegen gleich komplett. Wenn wir einmal umflügen, dann machen wir auch hier. Ja, stimmt, stimmt. Du kannst das Feld dann vergrößen, so in etwa bis zum, 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 zum diesem, äh, so in etwa, wo ich, wo ich stehe jetzt. Na, der schwimmt gleich rum. Mhm. Also, vielleicht zwei, zwei Bahnen. Hm, so in etwa. Okay, dann geh ich, äh, den Steine sammler holen. Jo. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Alright, ich weiß. Hahaha. Ja, ich weiß. Ah, Chuchu. Oh ja. Der Feldweg? Ja. Sie, kleiner Klass. Sie. Den hat er auch dabei. Das war für eine reine Kiste, oder was? Ein bisschen Geld gebracht, würde ich sagen, oder? Ja. Nicht schlecht. Das muss ja auch bezahlt sein, oder? Ja. Das muss ja auch bezahlt sein, oder? Das muss ja auch bezahlt sein. Was? Was? Machst du Pause, oder? Nein. Warum stehst du? Oder schafft es das nicht? Nein, das geht. Ich musste da etwas umstellen. Umstellen. Achso. Kartoffeln verkauft, Honig verkauft. Oh, sehr schön. Ich mach jetzt nicht das Bubu. Okay. Ich werde nicht mit der Arbeit. Was würdest du eigentlich ansehen? Ich weiß es noch nicht. Was steht denn überhaupt noch? Ich muss gucken. Moment. Hm. Weizen und Gerste. Hm. Hm. Ja. Das ist super. Ja. Ich muss noch mal viel mit angesehen. Jo. Deswegen frag ich schon. Ich würde dann... ...klassische Weizen machen. Soll ich zu dir kommen zum Ansehen, oder soll ich anfangen mit Mähen? Hm. Du kannst auch mit Mähen anfangen. Na, du musst da. Ja, du musst du auf. Du musst du auf. Warte. Ich muss mich anfangen. Die Sie stellen, du musst du auf. Es heißt, du musst du auf. Drei. Ich habe einen Schrauben. Ich würde dann aber auch Silagebahnen machen. Okay. Willst du den Traktor tauschen? Willst du den Traktor tauschen oder nicht? Das geht eigentlich. Ganz, ganz gut. Ganz, ganz gut. Wir sollten vielleicht einmal den, dann den, noch den Frontmeerwerk hoffen. Ja, wäre ich nicht abgeneigt. Ja, ohne Frontmeerwerk sind wir nur 10, oder? Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Däumchen da und schreibt mal in die Kommentare, ob wir alles richtig machen, was vielleicht noch verbessert werden kann. So, schreibt es rein und wir lesen uns durch. Also, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.